wir brauchen doch mal nach links wird dann fährt auf kamen wird dann redet nicht hallo junata er hat er gemütet hauptsache er müde dabei fahren denn es braucht s o s seine mutter es zuerst einfach im schilder von weiß gemütet hallo wo ist jemand denn hin nach rechts jetzt wir geben den richtig denn es muss vor mir fahren also links vor mir weil du hast ja weniger reichweite und du musst halt mehr für mich denken schüsse einfangen denn jetzt bekommst du auch keine schmerzen ja aber ich weiß nicht warum dann ziehen wir nach rechts ich fahr jetzt geradeaus lang versuch mal mich zu überholen ich mach langsamer und du mach voll ich hab voll also ich lauf auf treffregel erst aber egal ja ich hab jetzt erst voll gemacht er kann schon ziehen man sind wir langsam ja 17.000 und dann so oh dennis wird abgesnaped ja hat mich wieviel nichtmal tausend damage gemacht ja aber trotzdem wäre lustig geworden wenn du angefangen hättest zu fackeln hätt ich 30.000 Zeuge ja dann fahr mal jetzt so schlimm bin ich aufgabe am weg rum mei ich doch gar nicht ja ich stehe es mir nur am weg rum ne ich weich nicht aus ne seh ich dich ein bremsen und nach rechts Alter jetzt muss ich nur von so einem tippen hier aus ja genau er bleibt da stehen er ist wieder rückwärts er macht sogar rückwärts gar gut vorweg nach rechts jetzt nach links boah boah bugler macht dann zahreck damage de bugler ey da vorne kommt jetzt gleich einer hast du eigentlich 4 bekommen was wie viele damage hast du bekommen gar kein sie glaube ich sogar ey ich auch 10 ne 9 habe ich bekommen äh das ist ein grund dich zu reporten ja weil er hier ähm äh er schießt doch auf mich oder was er schießt einer auf mich da hinten links ist der das hollywood jigsau kam nach vorne erst einer kehre denn ich hab nach links gezogen um den Schüssel auszuweichen pass auf Alter ist das wix Ding schnell und klein diesmal auf den Dings pfui 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 weißt du wie hoch die Chance besteht dass du den wix finger triffst jetzt seh ich ihm nicht torpedos 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 verpisst euch die sind schon kaputt ne der ist in der nebelwand ich meine die torpedos die torpedos hören auf ja egal die gehen auf kere die ist auf den fang geht dahin die kaisertypen dessen fängt ähm hier kaiser ok ich hab ich hab äh ich hab richtig ich hab richtig passiert dass ihr richtig wollt unsere eigene Weisersfälle wir wollen hinter uns jungs ja ich drehe ab was machen die für damage hallo was macht der Typ da hallo alter nö nö ich fahr weiter pisst dich ich fahr zuerst und er rammt mich ja Hurensohn was geht denn hier ab fahr doch weg von mir nö schießt jetzt in die Fresse oh hier ist Ende der Ende der Karte ups Ende der Karte 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 Hurensohn dreht zur Base ab das wird der O-Bot gleich von uns oh mein Gott 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 Zerstörer ist da ey komm zur Base dreht ab oh ja ich muss hier auf jeden Fall abhauen ich bin überlegen was ich jetzt essen würde ey das ist ein Witz ey das ist ein Witz wirst du zu mir kommen wir bestellen Pizza alter Schwede hä? wirst du zu mir kommen wir bestellen Pizza ok cool ey du bezahlst ja alter wie der eine Wichsvogel mich hier wegfegt mit seinem Tarnschiff das ist ein Witz ey Jungs der fällt mir hinterher ähm äh komm scheiße Praetor kommt bitch naja das ist unser Flugzeugträger fährt einfach zu den Gegner fuck die Bonis naja das Meme das ist Taktik holt mal den Clemsen da weg wie wir da was getappt mach den Climb vorne hinweg bitte ich versuch's ey wieso schieße ich nur Einzelschuss so so das ist bei der denkst du ne ne normalerweise ist das nämlich nicht so naja jetzt gucken wir was unser Flugzeugträger macht der tankt für uns alter die Sichtweite nicht höher und er ist dead weil Rietart ich ziehe den Bixer dahinten nicht auch nicht der verschwindet irgendwie die ganze Zeit von mir oh 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 hinaus kommt Tompedos die hat da eine abgefangen aber auch professionell oh ich fang nicht mehr ok okay dann pack mal die ganzen Flugzeuge ab ähm hast du überhaupt Anti ja oh die schießen auf dich glaub ich ach quatsch da kommen gleich Torpedos oh Fjantan oh shit auf dem oh shit ich bin eher tot yes ne du lebst noch 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 ey wo ist der Huzo wieso sieht man den nicht das ist voll behindert wenn du dein Ding durchziehst mach doch nicht ich bin ich du weißt wie es aussieht aber nicht verschwindet einfach von der Sicht der ist einfach weg dann weil der klein ist nein der verschwindet einfach das ist behindert vielleicht hat er die Nebelwand gemacht nein einfach weg hier war der wie so ein Grafikpack cooler Köcksparten Alter Dennis schieß auf die Hunden du kannst ich zieh mich rein von aber ok kann ich nicht keine Reichweite dann lecky dann zieh ich erstmal ab hier hinten ist der eine nicht mehr ne ja ich werde pass auf gleich 50 gegen die Wand äh pass auf naja heil da wurde Ralf oh 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 da ist noch mal angeflogen Actionkamera warum gebe ich mir das alles daneben jetzt echt? ja alles hinter dir eingeschlagen jetzt wieder jetzt hat er sich betrogen ich glaube ich habe zu weit nach vorne gezählt lucky modus da hinten ist der kleine Clemson da hinten ist der Clemson da hinten ist der Clemson hol den Deckel äh jemanden ok die hast du ihn? ey der ist schon wieder weg das kann doch nicht sein hast du ihn? vielleicht lag ich mir was vielleicht lag ich mir was oh oh die kommt los hey boys help oh die sind auf dem Stand ist na quatsch warte auf mich mother fucker komm komm her du Wichser ich werde es nicht lang überleben nachher zwei Yolo den nehme ich mit den nehme ich mit den nehme ich mit den nehme ich mit was unwahrscheinlich ist er hat sich mit auch nur keine Trompedos ach doch die und auf die gehen auf ja wert er wird Wo ist der kleine Vogel, Leute? Oh, Dennis hat noch weniger Leben als ich. Nein! Beschützt Pflichttiere! Hinter uns! Nein! Der Zerstörer hatte ich. 650. Er hat einmal geschossen, 650. Ich hatte 645, oder wie viel ich hatte. Recht mich! Game over, Boy. Jermotan hat überlebt. Ja, Jermotan ist die ganze Zeit mit einem kleinen Wichser hinterher gefahren, der dreimal so schnell ist wie er. Strafe für Schaden an Verbündeten. Minus 10. Mani und ihr einen Stern verloren. Danke Jermotan, dass du nicht reingefahren bist. Danke Jermotan. Ich bin nicht reingefahren. Ja, einen Stern. Das merk ich mir. Easy. Oh, ich wäre da so 3 gegangen, Junge. Vor allem die auf der LAN, die haben wir nicht mal gut gespielt. Haben wir auch nicht, Junge. Wir haben im Stream geguckt, die haben P90 richtig gesprayt. Ja, wir werden einfach P90. Mit Marcel und noch 2 guten sind das locker geholt. Aber die nächste LAN, Dennis. Die nächste LAN auf jeden Fall. Doch, dann sehen wir es hier. So...